Das ist ja das Super-Klo, der sich gut ruft, wenn ihr denn fliegt immer gleich auf der ersten Planet. Was war Planet? Guck mal doch. Ja, ich weiß ja eh nicht. Ich seh den Sternenlimmel, 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 oh. Ich seh den Sternenlimmel, alle Sternenlimmel. Weltraumschwünfe, mit unserer schönen Stumpfagilfe, erreichen wir die Sternen. Oh, 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 Weltraumschwünfe, wir wählen gerne Weltraumschwünfe, mit unserer schönen Stumpfagilfe, sind keine Taten fern. Ja, heut Morgen hab ich ja so Pescht gehabt. Ich hab ja so Pescht gehabt. Mein Freund fällt die Treppen unten, nix ist passiert. Heute wieder fällt mir die Schnapsflasche aus der Hand kaputt. Kein Stil, nur ein Verlangen. Ein Sieg vom Planeten, die vom Klobizon, Computerprogrammiert, Plastikmusik herunter. Stufen rein! Lani, 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 oh, lani, oh, lani, oh, lani, 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 oh, lani, 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 oh... Meistens mit dem farbigen Filme überzupen, genannt Schminke. Wie ist na, was ein Mann antwortet, wenn die Freibde wohl steht und zwei Kilo so viel wischt? Äh, äh, äh. Ich weiß es, ich weiß es. Beruhigt dich, du bist schon noch gar nicht abgeschminkt. Die Freie kocht ohne äußere Einwirkungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020